Wir, die Volksbanken Raiffeisenbanken, sind viel mehr als nur Bankdienstleister. Wir sind Teil einer ganz besonderen Gruppe, der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Was uns so besonders macht, ist der gegenseitige Zusammenhalt, den Sie Tag für Tag erleben können, vor Ort in Ihrer Filiale. Unsere Finanzgruppe besteht aus rund 1.100 unabhängigen Genossenschaftsbanken sowie elf eigenständigen Spezialinstituten. Dabei kann jede Volksbank Raiffeisenbank jederzeit auf die Kompetenz und Produkte seiner Partnerunternehmen zurückgreifen. Ihre Filiale bietet Ihnen also nicht nur Bankdienstleistungen, sondern auch Baufinanzierungen, Versicherungen, Lösungen zur Altersvorsorge und Spezialfonds für institutionelle Anleger, Ratenkredite, gewerbliche Immobilienfinanzierungen, Vermögensverwaltung, mittelstandsorientierte Finanzlösungen, Wertpapiere und Zertifikate sowie Leistungen regionaler Zentralbanken und unserer bundesweiten Pfandbriefbank. Was uns und unsere Partner aus ganz Deutschland vereint, ist die einfache Erkenntnis, was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Denn die Partnerunternehmen in unserer Finanzgruppe haben ein gemeinsames Fundament. Genossenschaftliche Werte wie Solidarität, Verantwortung und Respekt. Das bedeutet für uns, dass wir uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam nach individuellen Finanzlösungen suchen, die zu unseren Kunden und Mitgliedern passen. Gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele. Das macht die Genossenschaftliche Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken so stark und erfolgreich. Aber auch Sie. Nutzen Sie unsere ganzheitliche genossenschaftliche Beratung vor Ort in einer Filiale in Ihrer Nähe.